Wenn du sie benutzen kannst, ist es auf dem Alpha einfacher als auf Bluestacks. Ich mache aber erst meinen Superaffen hoch. Glaube ich ja. Das ist wohl sinnvoller. Wohl wahr, wohl wahr. So, das ist schon mal auf die Laserstrahlen. Da bist du ja ganz weit hinter mir. So, du bist doch auch auf Laserstrahlen. Ja, ich war aber viel, viel eher auf Laserstrahlen. Immer eine Runde eher auf Laser als du. Eine, zehn Runden. Ja, dafür habe ich hier schon die mega geilen Umrangaffen, ja. Dafür habe ich geile Eistau und Ninjaaffen. Und Sniper. Komm, noch ein paar. Jetzt haben wir die Plasmastrahlen. Noch ein paar, noch ein paar. Ja, auf Plasma halt so. Dafür habe ich erst mal die Bananenrepublik gebaut. Muss ich ja machen, ich brauche mehr Geld hier. Er steckt alles in seine Scheiße da rein. Hallo, und die nächste. Und die nächste. So, ich brauche vielleicht auch noch eine. Wie er es auch schon hat, ey. Aber sich über mich beschweren, du bist so ein Affe. Du passt echt perfekt hier rein. Ja, ich bin der in der Mitte mit dem Bumerang. Da, 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 da. Was ist jetzt jetzt Runde 58 Grad mal? Gleich Plasmastrahlen, ne? Mal überlegen. Was war nochmal die schwere Runde? 63, Kollege. 63 und 76, ne? 63 und 76. Aber wenn ich arktischer Wind mache, dann sind eh alle down. Kostet ein bisschen. Ich skille, glaube ich, jetzt noch einen auf einer anderen Stufe. Und zwar... Alter, setzt doch da einen Eisturm hin, Alter. Nein, und zwar wird jetzt auf links geskillt. Oh, ah, ah, ah. Affe. Da brauche ich 9200 für. Habe ich gleich. Dann habe ich... Ah, zwei Charments. ...weitschleben und kreisen dauerhaft den Turm, geil. So, nächste Runde, na? Sollte reichen, sollte reichen. Ja, kann ich mir nicht leisten, leider. Was machen wir denn da? Oh, Eisbrocken. Ich denke... Denke, sollte recht... Ja, muss ich... Da muss ich noch hier ein bisschen... Recht clear sein, hier. Schauen wir mal. Mal was anderes bauen. Zack. Verlieren wir die Runde oder geben wir was? Ich muss eben noch was bauen. Ja, jetzt bin ich bereit. Sollte reichen, oder? Ja, die Eistower regeln. Ist einfach zu pervers, diese Eistower. Voll geil, diese Bumerang. Und sie regeln ja alles hier. Bumerang. Pah! Ja, schon geil. Kein gar nichts, diese Dinger. Oh, oh. Alles klar. Alles easy. Endlich ist er da. Endlich ist er da, der Gleven, Mann. Jetzt noch zwei weitere davon und dann... Bin ich ready to go. Ready to go? Alter, der haut auch echt was raus. So, noch einen. Gut, 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 gut. Gucken. Was bauen wir noch? Ein paar Nagelfabriken in die äußeren Knoten da rein. Ja, das bringt was. Na klar. Lieber noch einen Superaffen. Oder den Superaffen noch auf... Oder den Superaffen noch auf... Äh, doppelte... Ja, später. Kommt doch alles noch. Erstmal drei Nagelfabriken hier hinsetzen. Er übertreibt wieder. In ihr Logo. Ja, ich... Denk mal, ich werde die anderen beiden auch noch hochskillen. Auf die oberste... Muss ja alles safe sein, ja. ...Humgang öffnen. War ich auch noch auf den Gleven... Typen hoch und dann läuft. 9000. Komm. Bapp. Jetzt noch einen hoch. Da habe ich noch. Aber hier ist kein Geld für. Da fehlt jetzt noch wieder voll viel Geld. Ein paar Nägel habe ich hier. Ja, ein paar, ne? Ein paar hat er sich da... Ein paar hat er da hingelegt. Das Gute ist, wir kommen halt immer alle vorbei. Jeder... Jeder einzelne... Jeder einzelne Mob kommt da vorbei. Ja, es ist noch... Geht's ja noch. Warte mal, wann sind wir denn in Runde 76? Gleich. Er dauert noch. Aber sollte auch kein Problem sein. Ich habe einen Eistower. Ja, ich habe Bumerangaffen. Voll kein Problem, ey. Voll easy. Oh, du mit deinen Bumerangaffen, ey. Total scheiße. Welche Level bist du eigentlich mittlerweile? Du müsstest mittlerweile schon Level 100 sein, oder? Keine Ahnung. Möchte mal gucken. Ich glaube, nicht mal Level 70 geknackt oder so. Ja gut, am Ende wird es ja auch immer schwieriger. Es wird einfach immer schwieriger, jo. So. 3000. Darky, sag an. Was soll ich upgraden? Schenk mir. Da kann ich meinen Affendorf ausbauen. Ja, komm. Und gleich das Energieleuchtfeuer. Hast du jetzt? Naja, nächste Runde erst. Also irgendwann. Fehlen noch 9.000. 9.000 fehlen noch. Aber ich gehe 50% hoch. 9.000 fehlen noch. Jetzt gehe ich 50% hoch. Ich glaube schon. Also ich hoffe nicht, aber ich glaube schon. Das ist die 76 Runde gewesen. Mal so zur Info. Äh, was soll ich mal bauen? Zack. Turboladung. 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 Turboladung 2. So, fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir gleich Energieleuchtfeuer. Ja, ich würde den dritten auch noch hoch machen. Auf Turboladung. Wenn ich ihn mal finde. Er hat sich versteckt. Ach, der ist schon hoch. Warte mal, wer fehlt der jetzt noch? Warte mal. Hä? Ah, er fehlt noch. Hä? Hä? Ja, den einen siehst du schon mal alleine gar nicht. Weil er hinter deinem Lauf steht. Da ist das Energieleuchtfeuer. Kommt näher, ihr kleinen Gegner. Er übertraubt. Er übertraubt. Ich baue noch ein Affendorf. Komm, ich baue noch ein Affendorf. Ich baue noch eins da hin. Es hat einen Überblick über alles, das Affendorf. Wenn ihr sich noch extra Affendorf kauft. Ja, das ist vielleicht gar nicht mehr schlecht. Ist die Mainz nicht gut genug, oder wie? Welchen hast du geskillt? Welchen Zweig? Den linken. Oh, den linken hat er geskillt. Den linken Zweig. Ja, es sieht aber ganz gut aus. Natürlich. Spiele auch ich mit. Also hast du aber Affendorfrichtendienst geskillt? Nein, ich habe doch gesagt links. Nicht den Affendorfrichtendienst geskillt. Ja, wie denn? Bist du Banane? Ich aber... Das stimmt für dich. Ich meine, du könntest auch alles kaputt machen. Ja, 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 ja. Oh, oh, verlieren wir gerade, verlieren wir gerade? Hä, was? Ich seh's nicht. Wieso siehst du das nicht? Mach die Augen auf. Ja, war ein Witz, war ein Witz. Mach deinen Leck Bluestacks aus und guck auf meinem iPad hier. Du kannst mich auch mal im Arsch lecken, ey. Oh, jetzt wird's übel. Hab ich ja gesagt, ey, hab ich ja gesagt, ey. Ist total, total schwierig und so. Spaß. Spaß. Ähm, hast du mal 4000? Naja, gerade so, ey. Hab ich nämlich Gotter Sonne mal gemacht. Gotter Sonne! 83. Runde. Ja, 85 sind's, also noch, je nach noch zwei. Sollte laufen, oder? Denke schon, dass das für die Runde ging. 600 Deutsche, oder 400, 600 Deutsche, oder irgendwie so? Äh, 600. 600 fucking Dollar, ey. Ja, das kennst du ja normal nicht, weil ihr müsst ja wissen, für die Leute, die da kannte, es noch nicht kennen, es spielt ja normalerweise immer nur so Hello Kitty LP und so. Deswegen. Oh, laberbacke, ey. Oh, 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 oh. Ich will gar nicht hingucken, ey. Ich will gar nicht hingucken. Ha, beim Morpkruppler hat's gerissen, du Sack. Ich hab jetzt einen Superaffen gebaut. Oh, du bist so ein Affe, Alter. Warum verkaufst du das Zeug nicht? Hä? Na, ist die letzte Runde, du. Ja, gut, ich hätte jetzt noch... Ja, warte. Nee, jetzt ist zu spät. Ja, hab ich nicht drauf... Oh, Mann, ey. Ich wollte nur sagen, dass der Dark Hunter normalerweise immer Kitty spielt, deswegen... Du hast es mir doch gezeigt, das Spiel. Es haben doch mal irgendwelche Gefahr, dass wir noch weiterspielen sollen. Wollen wir es mal machen? Achso, nee, jetzt hab ich aufgehört. Oh, beschadet der Dark Hunter. Ja, hättest du das mal mit dem Feuer sagen, Alter? Nicht, wenn das Spiel vorbei ist? Du wolltest mal dran müssen, 68. Ja, ist doch gut. Ja, dann, Leute, wenn es euch gefallen hat, für mehr Folgen von dieser Action, Daumen nach oben, schaut doch mal beim Dark Hunter vorbei oder wenn ihr bei Dark Hunter guckt, schaut bei mir vorbei und dann sehen wir uns. Oh mein Gott, lass mich das doch wenigstens sagen. Na gut, dann halt nicht. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Nein, schaut nicht bei Dark Hunter vorbei und wenn ihr bei Dark Hunter seid, schaut doch bei mir vorbei. Nein, nein, andersrum, genau. Macht's gut und tschüss in einer neuen Folge. Tschüss. 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 Tschüss.